Meister Shifu? Gute Zeit? Schlechte Zeit? Zeit ist eine Illusion. Es gibt allein das Jetzt. Dann ist jetzt also ein gutes Jetzt? Du musst den nächsten Schritt auf deiner Reise machen. Vom Krieger zum Lehrer. Aber das kann ich nicht. Oh nein! Es ist der Drachenlehrer! Er sieht so gut aus! Papa! Oh? Oh, hey Dad, was gibt's? Völlig hoffnungslos. Wer bist du? Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn. Dad? Umarme deinen alten Herrn! Woher wissen wir, dass er wirklich mit dir verbannt ist? Sieh dir das an! Komm mit mir. Oben in den Bergen gibt es ein geheimes Panda-Dorf. Wow! Willkommen zu Hause, Sohn. Du siehst genauso aus wie ich, nur als Baby. Du bist genau wie ich, nur alt. Oh, er ist entzückend! Mir geht's gut. Hei ist zurück! Wer? Meister des Schmerzes. Pest geht der Rache. Witwenmacher. Ach ja? Na schön, ich hab früher mit Oogway gearbeitet. Oh, Oogway! Oogway! Strike! Kai hat das Tal angegriffen. Es ist zerstört. Jetzt macht er Jagd auf die Pandas. Du musst sie lehren zu kämpfen. Ich bin bereit. Ich werde Kung-Fu-Meister aus euch machen. Kai! Niemand hat gesagt, es würde leicht werden. Macht euch bereit für den Tanz mit der Gefahr! Feinde der Gerechtigkeit! Macht euch bereit für einen Krieg! Wollt ihr mich verarschen? Du musst der Drachenkrieger sein! Oh, verschon mich mit deinem Gequassel! Ich nehm dir deine... Oh, Gequassel! In den... Bla 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 bla! In die... Den Quassel! Wir müssen ihm helfen! Aber Meister Shifu sagte... Hast du wirklich Angst? Sogar Meister Chicken ist dabei! Das feige Huhn! Okay, Star Wars Fans, for Return of the Jedi, did you know that Harrison Ford suggested that Han Solo sacrifice his life to save his friends? But George Lucas declined. What do you think would have been a good idea? For this and more movie facts, click on more videos. Or for more trailers, click on the playlist.